Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort auf justi.ch ein. Über Unternehmensprofil bearbeiten wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus. Willkommen in Ihrer Profilübersicht. Hier erhalten Sie einen Überblick über Ihre Besucher- und Klickzahlen und sehen, wie Sie Ihren Justi-Auftritt für Schülerinnen und Schüler optimieren. Hier können Sie Änderungen auf Ihrem Unternehmensprofil vornehmen und beispielsweise Lernende als Botschafter sowie Mitarbeitende hinzufügen. Setzen Sie Ihre Lernenden und Mitarbeitenden als Protagonisten in Szene und informieren Sie die Kandidaten mit Videocontent, was die Ausbildung im jeweiligen Lehrberuf in Ihrer Firma bietet und einzigartig macht. Integrieren Sie aussagekräftige Bilder, um Schülerinnen und Schülern ein erstes Online-Schnupper-Erlebnis zu bieten. Präsentieren Sie Ihr Lehrstellenangebot mit Bildern und informieren Sie über die Lehrberufe. Organisieren Sie die Bildwelt thematisch in verschiedenen Galerien zu Themen wie Tätigkeiten der Lehrberufe, Teamaktivitäten und so weiter. Nutzen Sie die Funktion Berufswahlanlässe, um Schülerinnen und Schüler auf Schnuppermöglichkeiten und Berufsinformationsveranstaltungen aufmerksam zu machen. Unter den allgemeinen Einstellungen kann die Adresse auf dem Unternehmensprofil angezeigt und bearbeitet werden. Weiter kann ein Hauptansprechpartner definiert sowie Social-Media-Kanäle verlinkt werden. Hier haben Sie die Möglichkeit ein Upgrade Ihres bestehenden Abos betreffend der Veröffentlichung von Videos oder weiteren Lehrstellen zu tätigen. Haben Sie nun noch Fragen? Unter Hilfe und Kontakt oder help.justi.ch finden Sie hilfreiche FAQs oder wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne.